Aber wir haben das zum Anlass genommen, dass heute das Kabinett, also die Landesregierung von Sachsen-Anhalt hier im Zeitstag, um den Ministerpräsidenten und seinen Ministern mal unserer Meinung kundzutun und auch unseren Unmut kundzutun. Guten Tag und schön, dass Sie hier sind. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier stehen. Danke an die Bürgerinitiative, dass Sie sich diesen Aufwand betrieben haben, dass Sie das wieder hier gemacht haben. Christian Thieme und ich, wir kommen jetzt aus der Sitzung der Landesregierung, die tagt im Moment noch zu anderen Themen. Und wir haben versucht, alle Probleme, die die Region hier kennt und alle Themen, die hier angesprochen wurden, das war nicht nur das Klinikum, sondern eben auch die ganze Thematik des Strukturwandels, dort zur Sprache zu bringen. Der Oberbürgermeister hat sehr detailliert auch ausgeführt, was man zum Beispiel hinsichtlich der S-Bahn-Anbindung erwartet von der Landesregierung. Wir werden natürlich nachher die Möglichkeit nutzen, mit Frau Grimbenne und Herrn Haseloff ins Gespräch gekommen. Vielen Dank. Vielen Dank.